die große nummer mal aufgepasst hier dass diese graue maus nicht plötzlich auf der bühne steht im spotlight mit chintara sasa und nimmt aus dem zylinder sind den helden der geschichte und führt ihn uns als dumpfbackigen hasen vor einer der ihr sämtliche karotten aus der hand frisst hand zahm dressiert auf männchen machen da spiele ich gern mit wenn ich nur abends in ihr bettchen darf mal sehen was sie morgen früh mit mir macht